es war richtig aber war es richtig jetzt das schon zu machen es ist es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Spannung. Das könnte genau reichen. Fertig. Ja. Oh mein Gott. Aha. So, und jetzt. Hallo. Irgendwelche neuen Gerüchte. Ich habe gehört, dass Wilderer die Tiere verscheuchen. Der alte Logan wird mit ihnen nicht alleine fertig, egal wie gut er ist. Das habe ich schon mal gehört. Ja, gut, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Moment, was ist denn jetzt? Lass mich raten. Ja, da fehlt noch und da fehlt noch. Ja, super. Mhm. Wir gehen heimschlafen. Mhm. Ja, steck aus. So, jetzt gucken wir mal. Äh? Oh. Die sind fertig. Aha. Hallo? Die sind trocken. Das ist geil. Das macht dann gleich schon wieder viel mehr Sinn. Oh, und das Neue. Hä? Nee, nee. Feuchtigkeit neuen. Achso, genau. Ich muss... Ah, nein. Ist egal. Ja, das ist genau das. Ja, wenn die fertig wären, wäre es toll. Jetzt muss ich warten. Mhm, ja, ja. Das heißt... Das heißt... Jetzt als letztes nochmal schnell. Zweig... Ja, jetzt... Ja. Geht es so zu? Hallo? Ja, lassen wir gelten. So, jetzt gehen wir trotzdem schlafen. Das da kann ja noch dauern scheinen. So, da kommt hier nochmal. Tja, wann bezahlt der denn? Das ist die Frage. Was macht mein Bienenzeugs? Ich hab Honig. Ja, warte mal. Na, hier lässt sich dann noch ein bisschen was kommen. Das machen wir noch. Ja. Ich mein, mein Wohnhaus hab ich fertig. Das ist eigentlich das Hauptding. Und die Stelle irgendwie auch. Also kann ich ruhig noch ein bisschen was machen. So, da müssen wir das Ding suchen. Da nicht. Okay. Oh, hier. Okay. Na. Aha. Oh. So, dann gehen wir noch ganz kurz mal. Hm. 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 Habe ich eigentlich das Gewächshaus schon gebaut. Ja. Was fehlt denn noch? Ist das der Honig von eben? Ja. Da. Äpfel, die über den Zaun hängen, sind auch meine. Was ist das da eigentlich? Das ist noch nicht fertig. Okay. Das ist das, das ist das, das ist das. Viel ist das aber nicht mehr. Hm. Das ist aber nix. Aber hier, so. Oh, die Seite noch. Ich wollte doch nicht springen. Was soll denn das? Und jetzt? Ach, ich muss ihm nur Bescheid sagen. Ich bin fertig. Ich schlafe jetzt. Ich schlafe jetzt. Das hat sich gelohnt. Und dann müssen wir die andere Sache einfach mal stehen lassen, bis wir die Bretter haben. Nein. Jawohl. Oh, ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr von der gesunden Grillwurst essen. Dann gucken wir doch mal, was wir kochen können. So, haben wir noch irgendwas? Fisch in Öl. Erstmal Apfel-Marmelade. Können wir ein bisschen was mehr machen. So. Äh, kochen. Fisch in Öl? Wie viele Fische haben wir denn? Vier. Wow. Kondensmilch. Klar. Fisch in Soße geht auch. Ach, nur einer. Nochmal Kondensmilch. So, gut. Mit Honig können wir noch gar nichts machen, ne? Brauchen wir die entsprechenden Rezepte. Ja, genau. Ich gucke mal gerade, viele Pilze haben wir eigentlich. Wir haben es fast geschafft mit den Pilzen. So. Jetzt gehen wir aber als allererstes mal zum Daddy rüber. Zum Onkel. Der Onkel. Onkel. Ey, Onkel. Ich bin mit den Reparaturen fertig. Der Hof sieht jetzt viel besser aus. Du bist wirklich klasse. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir sind. Hier, nimm das. Es ist nicht viel, aber immerhin etwas. Du hast uns schon sehr geholfen. Aber klar, die große Sache. Das Sägewerk braucht jetzt die meiste Aufmerksamkeit. Glaubst du, du könntest die dazugehörigen Gebäude reparieren? Eins garantiere ich dir. Wenn das Sägewerk wieder funktioniert, kannst du es betreiben, solange du hier bleibst. Gaspot. Fäll die Bäume, verarbeite sie im Sägewerk und wir teilen dann den Gewinn. So kannst du Geld verdienen. Was meinst du? Okay. Onkel, da schlage ich ein. Hm. Kohle. Ja. Ja, ja. Und das ist das andere. Es regnet. Gut. Das macht aber nichts. So, was muss ich denn jetzt noch trocknen? Ähm, warte. Ähm. Naja, mach ich doch. Was fehlt? Ich war mir sicher, ich hätte sie alle repaired. Aber. Was fehlt? Hm. Ja. Ja. Achso, ich muss erst mal. Ich hab doch schon alles. 38 Meter, das ist da. Ja, ich hab doch schon alles. Bist du jetzt kaputt? Irgendwas noch? Nein. Also, das weiß ich, dass es ganz ist. Das weiß ich, dass es ganz ist. Lagerverbretter. Was willst du denn? Ja, das will ich aber nicht. Nein. Es ist doch schon alles. Ist das jetzt Buggy? Oder? Ich wende das Ding hier. Alles erledigt. Der trocknet schon. Ich werde mal gucken. 91, 94, 91. 90. Ja, das ist immer noch her. Das ist alles schon erledigt, Leute. Was ist, wenn ich jetzt speichere? Spiel speichern. Oben das. Und dann... Spiel laden. Einfach mal so. Weil, ich hab's ja geschafft. Aha. Das sieht immer noch ganz genauso aus. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Leute, wenn das jetzt hier ein Bug ist und ich nicht weiterkomme, dann bin ich echt sauer. Hier ist doch... Also, warte mal. Hier, alles erledigt. Das darf man einfach nicht machen. Das wäre ja nicht wahr, oder? Alles da. Da hinten sehe ich noch was. Sagt, dass es das ist. Komm. Diese beiden noch und dann war es das. Geräusch. Fuck. Mm-hmm. Okay. Okay. Vielen Dank.